Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time. Heute nicht on Tour, sondern in der Werkstatt seit langer, langer Zeit. Das Problem gerade ist, dass wir ja hier diese Hochsommerphase haben und hier in der Werkstatt sind sie gefühlt immer zwischen 40 und 50 Grad. Deswegen komme ich momentan mit meiner Umbauaktion noch nicht ganz so voran. Aber ich habe mir was Neues gekauft und habe auch daran umgebaut oder es beziehungsweise schon für mich angepasst. Ihr habt es im Titel schon oben gelesen. Es ist ein neuer Helm. Ihr seht ihn gleich nach dem Intro. So, diesen Helm habe ich jetzt viele Jahre lang benutzt. Bin auch immer noch sehr zufrieden mit diesem Helm. Er wird auch nicht komplett ausrangiert. Er wird immer noch als Zweithelm genutzt. Ich denke mal, ich werde ihn aber mehr jetzt im Bereich Offroad oder wenn es dreckig wird benutzen und den anderen Helm halt mehr oder weniger als Straßenhelm. Der Nachteil bei diesem Helm hier jetzt ist, gerade mit dem neuen umgebauten Fahrzeug, da es ja jetzt auch ein bisschen flotter unterwegs ist, dass bei höheren Geschwindigkeit dieser Schirm, der hier oben dran ist, doch den Kopf immer nach hinten reißt. Und gerade wenn noch eine Windböhe kommt, ist es halt angenehmer, ohne Schirm zu fahren. Und deswegen habe ich mir jetzt einen ganz anderen Helm besorgt und den zeige ich euch jetzt mal. So, das artet jetzt nicht in einer Art Werbevideo oder sowas aus. Ich habe mir diesen Helm auch ganz alleine gekauft. Ich habe ihn nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe ihn auch nicht gesponnen oder sonst was gekriegt. Deswegen steht hier auch nirgends Werbeanzeige, sonst irgendwas drin. Ziehen wir den Spannungsbogen mal nicht zu weit auseinander. Und zwar hier ist er. Das ist der Shark Rancor. Diesen Helm habe ich mir jetzt gegönnt. Ich zeige ihn gleich nochmal im Detail vor auch, wie ich die Halterung festgemacht habe. Wie ich diesen GoPro Adapter da drin integriert habe. Und ja, was es mit der Brille und alles so Aufsicht hat. Das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen in der Nahaufnahme an. Ich denke mal, wir machen mal so einen kleinen Helmporn. So, ihr habt ja jetzt eben gerade schon ein paar Details von diesem Helm hier gesehen. Er ist auch nicht mehr ganz in Serie, wie es bei mir also üblich ist. Ich habe vorne schon halt den Mount installiert. Erzähle euch da gleich nochmal zu, wie ich das gemacht habe. Wie ich es mit dem Mikrofon alles gelöst habe, mit der Halterung und so weiter. Aber vielleicht erstmal kurz zu dem Helm. Euch ist wahrscheinlich gerade schon aufgefallen bei dieser Rundumsicht, dass dieses Brillengummi, was hier dran ist, halt nicht durchgehend ist, sondern hier auf der Rückseite glatt ist. So, und zwar kann man dann ganz einfach hier diese Schnalle quasi abklicken und kann diese Brille dann halt runternehmen. Auf der anderen Seite ist er ein bisschen doller eingehakt. Da ist kein so eine Schnelle, das ist so ein Klicksystem. Das heißt, wenn ich ihn jetzt aufsetzen will, den Helm, kann ich dann einfach die Brille drüberführen und mit diesem Haken hier, mit diesem Griffklack dranhängen und draufmachen. Natürlich kann ich den auch oben an die Stirn oder so dran machen. So, gerade das ist halt für Brillenträger interessant, dass man die Brille halt relativ einfach quasi so entlasten kann und hier locker hängen lassen kann, damit man in Ruhe halt seine richtige Brille aufsetzen kann und danach einfach klack hier rein. Man kann es natürlich auch einfach, wenn es unter Spannung ist, nehmen und halt an die Stirn hochklappen oder so. Das geht natürlich genauso gut. Natürlich könnt ihr hierfür auch eine normale Crossbrille benutzen. Hier, die hat aber den Vorteil, dass diese halt besonders tief eingeschneit ist beziehungsweise das Material hier ziemlich dick ist. Das ist genau so gemacht, dass es natürlich hundertprozentig passgenau für diesen Helm hier ist, dass das, wenn man die Brille halt aufsetzt, alles komplett hier abschließt und ja, dicht macht. Unter anderem hat man halt hier dieses Belüftungssystem hier halt noch schön mit drin. Und wir nehmen die jetzt mal ganz ab. So. Ansonsten kann man dafür auch, hier ist so ein leicht verspiegeltes, nee, gar nicht wahr, leicht getöntes Glas mit drin. Gibt es auch noch in ganz klar und mit Regenbogen und alles mögliche verspiegelt. So. Von innen, hier innen drin, da sieht man halt diese ganzen Polstereinheiten, die alle komplett entnehmbar sind. Man hat ja gesehen, dass überall zwischendrin solche Kanäle sind, also wie so Würste sind, diese Polsterungen. Das hat den Grund, dass dieser Helm hier quasi nur einen einzigen Lüftungskanal hat. Und zwar hat er hier vorne keinen drin, sondern nur hier oben auf der Stirn, den man wie folgt halt öffnet und schließt, wenn man das hier so sieht. Vor ist zu, zurück ist halt auf. Dann strömt hier oben in diesem breiten Kanal die Luft rein, zirkuliert dann halt in dem Helm. Und das wird, denke ich mal, auch der Grund sein, warum da drin diese Polsterwürste sind, statt halt eine Zufläche, damit innen drin halt die Luft auch vernünftig zirkulieren kann. Ich habe ihn jetzt auch schon einmal getestet. Es kommt wirklich unwahrscheinlich viel Luft rein. Die Brille hat nicht ein einziges Mal beschlagen, was gerade bei einem Brillenträger und bei so einem Wetter, auch wenn man abends jetzt unterwegs ist und durch diese Atmerei fängt es so relativ schnell an zu beschlagen, ist alles nicht passiert. Das ist jetzt toll, 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 alles super. Als Verschluss haben wir hier kein manuell diesen Einfädelverschluss, sondern so ein Schnellschnappverschluss. Also diese klassischen zum Einrasten halt, dieses Bändchen ziehen und man kann ihn wieder aufmachen. Was jetzt wahrscheinlich viel interessieren wird, ist halt hier vorne dieses kleine Gebilde, was hier jetzt dran ist. Das ist quasi mein Mount-Kit, was ich halt hier installiert habe. An der Stelle normalerweise, ihr seht hier oben hier diese kleinen angedeuteten Löcherchen, was aber in echt keine sind. Es ist wirklich nur so ein Punktmuster, was hier komplett als so eine Raute oder sowas halt durchgeht. Und das war auch ein Grund, warum ich mich für diesen Helm entschieden habe, weil halt hier vorne keine Lüftungseinheit vorgesehen ist, sondern komplett alles über diese Stirnbelüftung läuft. Das heißt, ich habe hier jetzt auch kein Belüftungsdefizit oder sowas, weil ich hier vorne jetzt halt die Kamera nachher vorsetze. Das, was ihr jetzt momentan gerade seht, ist quasi mein No-Cam-Modus. Also wenn ich ohne Kamera unterwegs bin, wir haben ja mit der GoPro 5, muss ich ja einen Adapter benutzen, um halt ein Mikrofon anschließen zu können. Das heißt, wir haben ja hier dieses Kabel, was so ein kleines Kästchen am Ende drin hat, wo halt dann nachher erst das Mikrofon angeschlossen wird. Das zeige ich euch gleich von innen. Und ich habe damit, wenn ich jetzt fahre und keine Kamera dran habe, machen wir mal diesen Sicherungsbinder hier runter, so, habe ich halt immer dieses Kabel hier rumflattern. Und wenn ich dann ohne fahre, will ich natürlich nicht, dass mir hier vorne so ein Kabel die ganze Zeit gegen die Brille schlägt oder da rumwattelt. Deswegen habe ich mir hier quasi einfach nur ein ganz normales, ja, diese Clip-Teile, die halt bei GoPro dabei sind, genommen und habe diese Aufnahme, wo normalerweise diese Gegenschraube drin ist, ein bisschen aufgebohrt, dass es genau die Form hat, dass halt dieser USB-Typ-C-Stecker genau reinpasst. Den kann man hier schön stramm reinziehen, dass er auch nicht rausfällt, dass er halt, ja, geschützt ist. Und nochmal als Sicherung habe ich hier vorsichtshalber einen Kabelbinder quasi auf Länge gemacht, dass man den hier nochmal so einklemmen kann, damit das Kabel auch nicht von alleine irgendwie, wenn man mal gegenkommt, rausrutscht. Wie gesagt, aber das ist halt nur der Modus, wenn man halt wirklich ohne Kamera unterwegs ist, einklicken, Stecker einstecken, Kabelbinder zur Sicherung hoch und fertig. Dann sieht es erstmal, ja, vernünftig aus, es flattern ein, nichts durch die Gegend und der Anschluss ist auch vorne gleich ein bisschen geschützt. So, als nächstes, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist diesen Zwischenraum hier drinnen, den werde ich noch zumachen und mit Kleber füllen, dass das hier eine geschlossene Fläche ist, dass wenn ich diesen Stecker gesteckt habe, er, ja, mehr oder weniger auch wasserdicht beziehungsweise Spritzwasser geschützt ist, damit in den Anschlüssen, die mir nicht weggammeln dann. So, als nächstes natürlich die Frage, hier ist ein Kabel, was in den Helm reingeht. Und ich habe hier vorher in diese Gummi, oder dieses Hartgummi, was wir hier oben in dem Kinnbereich haben, ein kleines Loch reingemacht, dass ich diese Steckereinheit komplett durchgefummelt habe. Und anschließend habe ich dieses Loch halt wieder mit Kleber zugemacht. Und da habe ich so ein Patex-Kleber hier genommen, habe das da quasi damit geflutet und das anschließend wieder mit mattschwarzem Lack, ja, übergetüncht, damit man nicht sieht, dass da ein Loch war und dass es auch halt wasserdicht ist, dass hier nichts reinläuft. Das ist jetzt quasi halt der No-Cam-Modus. Und wenn ich jetzt die Kamera installieren möchte, wie gesagt, den kleinen Stecker hier abmachen, dann wird dieser Mount-Adapter runtergemacht und ich habe meine Kamera, die GoPro 5, halt auf diesen Großwinkel-Adapter, der halt immer dabei ist. Man hat ja diesen einen mit diesem höheren Fuß und einen mit diesem flacheren Fuß. Ich habe den mit dem höheren genommen. So, schön stramm alles. Deswegen, die Kamera kann immer so bleiben. Die wird hier jetzt einfach nur aufgeschoben. Klack. So, Kabel rein. Und schon ist die Kamera halt hier fest am Helm und man sieht halt wirklich nur noch ein kleines Kabel, was hier rauskommt, was da in die Kamera reingeht und hat auch diesen Adapter, den man dafür benutzen muss, jetzt halt nicht mehr draußen, was gerade jetzt bei Regen und auch bei Dreck halt der Vorteil ist, dass da dieser Adapter nicht noch mehr Schaden irgendwie nimmt. Außerdem sieht es halt viel ordentlicher aus, wenn man nicht irgendwelche tausend Teile am Helm draußen dran kleben hat. So, jetzt natürlich die Frage, wie habe ich das innen drin alles befestigt. Da gucken wir jetzt mal in den Helm rein. So, jetzt könnt ihr ganz gut sehen, dass hier oben halt das Kabel rausgeht. Ich habe diesen Adapter von GoPro, die Kamera stellt jetzt immer wieder, ach wegen den Schneiden, nicht richtig scharf. So, den Adapter habe ich hier drin auch reingeklebt, auch mit diesem Patex-Kleber, auch anschließend halt matt-schwarz. Das glänzt jetzt gerade so ein bisschen, dass man sieht, wie so eine Silikonwurst quasi einmal abgestrichen, danach schwarz übergetüncht, dass wenn man den Helm jetzt so hat, es halt wirklich nicht auffällt, dass da was drin ist. Man sieht, dieser kleine rosa Stecker ist quasi der, ja, der Anschluss für das Mikrofon, der da eingestöpselt ist. Und das Mikrofon befindet sich da hinten in der Ecke. Man sieht hier vorne diesen kleinen Gnubbel. Das ist das kleine Mikrofon. Ich hatte erzählt, dass ich, wo ich die GoPro gewechselt habe, halt auf die 5er, dass ich ganz viele Mikrofone halt ausprobiert habe. Und, ja, alle Mikrofone, die ich vorher hatte, haben sich komischerweise mit der neuen Kamera und diesem Adapter total blechernd übersteuert oder auf jeden Fall nicht hingehauen. Ich konnte die alle nicht benutzen. Dann habe ich mir ja neue Mikrofone bestellt, die alle durchprobiert und bin im Endeffekt nachher bei diesem Speedlink-Mikrofon gelandet. Das ist komischerweise auch das günstigste gewesen, was ich bestellt hatte. Das hatte irgendwie nur 8 Euro oder so gekostet. Die anderen gingen alle ab 20 Euro aufwärts los, hatten aber alle eine viel schlechtere Tonqualität. Mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden und, ja, das hatte ich mir jetzt auch nochmal bestellt. Jetzt ist die Frage natürlich, ich kann jetzt nicht mehr die Helme groß wechseln, weil ich ja jetzt hier alles fest installiert drin habe. Ich habe bei meinem alten Helm das gleiche Prinzip quasi angewendet. Ich habe hier vorne, da bin ich nur durch den Lüftungskanal durchgegangen mit dem Kabel, habe den anschließend an der Stelle halt auch dicht gemacht, auch mit diesem Kleber. Der einzige Unterschied bei dem Helm ist halt innen drin. Ich habe hier einmal das Mikrofon für die Kamera, die ich nutze, dieses Speedlink, und hier an der Seite ist noch ein zweites Mikrofon, das ist halt von dieser Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die habe ich im anderen Helm ja noch nicht drin. Und ihr seht hier auch kein Adapter von diesem Kabel hier. Und zwar habe ich den quasi zwischen dieser Gummilippe und dem Außengehäuse vorne ins Kinn eingebaut. Also der sitzt genau hier innen drin, in dem Helm. Weil dieses Kinnteil, das konnte man rausnehmen, dann habe ich da diesen Adapter halt eingepasst und dann ist sie da drüber gesetzt. Und deswegen sieht man hier auch das als einziges Kabel, sonst ist kein anderes Kabel oder irgendein Stecker irgendwo sichtbar. So, der einzige Unterschied, den ich bei dem Helm hier noch gemacht habe, ist, man hat ja an diesem Adapter auch diesen USB-Typ-C-Stecker, womit man halt gleichzeitig laden kann oder halt andere Sachen irgendwie. Ich komme ja nicht mehr an diesen Adapter jetzt dran, auch nicht an diesen USB-Port, weil ich den ja fest im Kinnteil integriert habe. Deswegen habe ich da quasi eine USB-Verlängerung mir bestellt, habe die da reingesteckt und habe die quasi in dem Helm langgeführt. Und wenn ich hier hinten jetzt dieses Gummi, was das Helmpolster quasi so einklemmt, ein bisschen hoch mache, kann ich mir hier hinten das Gegenstück von dieser USB-Typ-C-Verlängerung rausnehmen und kann mir jetzt quasi hier hinten mit einem Klett am Helm eine Powerbank oder irgendwas dran machen, um halt beim Vloggen gleichzeitig die Kamera zu laden oder halt andere Sachen zu machen, dass man Zigarettenanzünder irgendwie anstecken. Ist auf jeden Fall noch vorhanden. Wie gesagt, ich kriege hier diesen Adapter nicht mehr raus. Aus dem anderen Helm ja jetzt auch nicht, weil er geklebt ist. Ich habe zwei Stück von diesen Dingern. Für mich ist das jetzt aber gar kein Problem, weil das sind meine einzigen beiden Helme, die ich jetzt als Haupthelme benutzen werde. Wie gesagt, das hier wird mein Enduro- oder Offroad-Helm werden. Das hier wird mein Straßenhelm und wahrscheinlich auch mein Haupthelm dann zum Vloggen oder sowas sein. Deswegen ist es mir halt wichtig, dass diese ganzen Teile auch wirklich fest verbaut sind, funktionsfähig sind, nicht irgendwie rumflackern und wenn man irgendwo den Helm aufsetzt, dass man aufpassen muss, ob die Kabel alle gesteckt sind oder nicht. Deswegen bin ich eher ein Freund davon für so eine Festinstallation und deswegen habe ich halt diesen Weg gewählt. Was auch immer wieder gefragt ist, wie installiere ich quasi diesen Mountpad, womit ich die GoPro festmache am Helm. Ich habe hier vorne ja vorhin schon gesagt, er hat ja hier vorne keine Lüftungseinheit, das heißt, ich habe dieses Pad einfach vorne auf dieses Kinn draufgeklebt. Damit man jetzt diesen weißen Gummikleberrand nicht sieht, habe ich hier auch gleichzeitig als Sicherung vorsichtshalber auch diesen Kleber quasi noch einmal unten um dieses Pad rumgelegt. Wenn er scharf stellt. Man sieht es hier jetzt, das heißt, dieses Pad, das wird auch definitiv nicht von alleine irgendwie abgehen, weil es zu heiß ist und der Kleber sich löst und sowas. Ist jetzt gleichzeitig nochmal bombenfest gesichert und wie gesagt, dieser Kleber hat halt den Vorteil, dass wenn er angedrückt ist, kann ich ihn überlackieren, deswegen ist er auch dann matt schwarz geworden und dementsprechend fällt es auch halt nicht auf. Selbst wenn ich jetzt die Kamera halt abnehme, sieht man nicht auch von der Seite nicht, dass da irgendwie so ein Pad dran ist. Deswegen hatte ich mir dieses kleine Adapterstück hier halt gebastelt und wenn ich das dann halt da rein mache, dann sieht das ganz stylisch aus, als wenn da vorne halt irgendwie irgendwas ist. So, eine kleine Besonderheit hat der Helm hier doch noch und zwar habe ich hier im Innenpolster, wenn ich jetzt irgendwie wieder scharf gescheitert kriege, ja, genau so müsste es sein, seht ihr hier vorne diese Einkerbung, wo diese zwei Stoffteile quasi aufeinandertreffen und zwar ist das ein Brillenbügelkanal. Das heißt, wenn ich den Helm aufhabe, ist das genau die Höhe, wo halt dieser Brillenbügel durchgesteckt wird, dass man nicht immer da stochern muss und gucken, wie kriege ich jetzt diese Brille an diesem Polster vorbei. Gleitet relativ super geil durch, interessant nur für Brillenträger. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie der Helm aufgesetzt aussieht, was hier gerade echt anstrengend ist, weil wir hier gerade irgendwie gefühlt 45 Grad drin haben. Wir nehmen die Brille jetzt einmal ab, setzen den Helm auf. Jetzt kann man die Brille ganz einfach durch diesen Kanal halt durchschieben. Sie sitzt vernünftig drin und vor allem das Wichtige ist, dass die Brillenbügel auch nicht so an dem Ohr irgendwie eingeklemmt sind. Das ist auf jeden Fall jetzt die Ansicht, die ihr euch jetzt demnächst erwarten werdet, wenn ihr die nächsten Vlogs dann seht. Ich weiß also, beim nächsten oder spätestens beim übernächsten Video ist dieser Helm hier jetzt mit dabei. Ich werde auch mal gucken, dass ich die Zweitkämp vorne dran mache, und dass man das dann auch während der Fahrt in Action sieht, wie er denn so während der Fahrt aussieht. Wenn euch dieses Video gefallen hat und diese Information, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen oben freuen. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und hau rein mit Toxic Time. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.